Tippen Sie noch? Oder sprechen Sie schon? Sprechen geht einfach wesentlich schneller als tippen. Kein kompliziertes schriftliches Formulieren mehr, keine Tippfehler. Einfach Nachricht sprechen und senden. Und die Empfänger sind beeindruckt über ihre Sprachnachricht, als wenn sie persönlich da wären. Jede Magico Sprachnachricht ist auch ein Werbeträger für Sie. Links und rechts im Abspielfenster können Sie den Empfängern passende Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Das bedeutet, mit Magico sparen Sie nicht nur mindestens 75 Prozent Ihrer Zeit, sondern jede Sprachnachrichtung ist zugleich auch ein Werbeträger für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Empfänger sieht Ihr Bild und hört Ihre Stimme. Das schafft Sympathie und Vertrauen. Und durch diese neuartige persönliche Beziehung in Mails werden Sie auch mehr Umsatz und Gewinn erzielen. Und so einfach funktionieren Magico Audio Mails. Aufnahme starten, Nachricht sprechen, gewünschtes Template auswählen. Betreff ist schon eingegeben, kann aber geändert werden. Für Ihre Archivierung können Sie auf Wunsch auch Suchbegriffe eingeben. Mailadresse des Empfängers eingeben, abschicken, fertig. Schon nach wenigen Sekunden erreicht die Sprachnachricht Ihren Empfänger. Sie können auch über Outlook verschicken oder Empfänger aus Ihrer Adressdatenbank wählen. Im Archiv finden Sie übersichtlich die Liste Ihrer versandten Sprachnachrichten. Sie können sogar einstellen, wann welche Sprachnachricht versendet wird. Senden Sie passende Botschaften zu jedem Anlass, als ob Sie persönlich da wären. E-Mail schreiben war gestern. E-Mail sprechen ist die Zukunft. Magico für das Beste im Kommunikationsbereich. Gleich freischalten und 75 Prozent Ihrer E-Mail-Arbeitszeit sparen. Sprechen geht eben wesentlich schneller als tippen.